Ja mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Roleplay Fallout Shelter. Heute haben wir sehr sehr viel auf dem Zettel. Wir haben heute eine neue Challenge, die Langlauf-Challenge. Der langläufigste, der wird eine Lunchbox bekommen. Wir eröffnen heute ein Tierchen, das wir im letzten Stream gefunden haben. Und zudem wollen ganz viele trainieren. Und das werden wir glaube ich als erstes machen. Und das ist gerade ziemlich laut auf meinen Ohren. Moment. Ah, besser. Ich mach nur kurz mal mein Ton ein bisschen lauter. So. Jetzt müsste ich was hören, ne? Das ist aber noch ein bisschen leise. Ne, ne, ist laut genug, ist laut genug. So. Wir gucken somit auf die Vault-Immobilien. Da sehen wir, Deadline möchte Stärke trainieren. Bei Deadline weiß ich hundertprozentig, wo es steht. Stärke für Deadline. Und wir haben ein kleines, dezentes Strom geblieben. Das liegt daran, dass der Mr. Handy von Mr. Baxi... Der Mr. Baxi von Baxi... ...kaputt gegangen ist, der hier immer durch die Gegend gelaufen ist. Und uns sehr sehr viel Arbeit erspart hat. Deswegen warte ich jetzt gerade noch die paar Sekunden ab und sammle das ein. Hier haben wir noch 50 Sekunden. Gut, dann haben wir... ...den guten Baxi, den wir gerade schon erwähnt haben. Mit Intelligenz. Baxi, Intelligenz. Sollst du bekommen? Ich weiß noch nicht ganz genau, wo die Räume sind. Dieser Bug, der stört. Das ist ein Bug, den ich nicht beeinflusst habe. Was willst du denn? Kein, Joe. Geh arbeiten. Kein Problem, dass wir Stromprobleme haben. Wenn nicht alle arbeiten. So, dann kommen wir zu Double X und Ehrengardist, die beide Beweglichkeit möchten. Einmal Ehrengardist. Beweglichkeit. Was war mit Beweglichkeit? Ah, okay. Ah, ist gut. So. Ey, was? Da ist es doch. Das war gerade ein bisschen seltsam. So. Und Double X. Der Double X, da ist er. Wo bist du denn? Double X? Moment. Friseur? Nein. Stimmt, der arbeitet jetzt hier, ne? Ah, stimmt. Er hat sich einen neuen Job geholt. Da war ja was. So. Dann haben wir King Julian und Kill 1414. So. King Julian. Du trainierst dich. Ich habe es mir gar nicht gemerkt. Glück. Okay. Glück will der King Julian trainieren. Und der Kill 1414 auch. So. Es hat sich heute viel getan. Natürlich noch eine kleine Info für euch. Ja, ihr habt neue Sachen ausgerüstet. Aber das wird natürlich erst im Marktplatz-Stream passieren. Das haben wir immer gemacht. Und das werden wir heute machen. Kleine Ausnahme sind hergestellte Sachen. Die könnt ihr sofort anziehen, wenn ihr möchtet. Aber wenn ihr irgendwas erhandelt oder ertauscht, etc. pp. Dann entweder mitten im Marktplatz-Stream. Wenn ihr es da gefunden habt. Oder halt erst vor dem Marktplatz-Stream. Wir machen das alles hier im Marktplatz-Stream. Was rede ich denn da? Ich bin verwirrt. Ja. Ich hatte eine ganz komische Woche. Davon erzähle ich gleich noch. Keine Sorge. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich sehe das hier ganz entspannt. Ich mache jetzt endlich mal wieder eine Folge. Seit langem Folgen zu machen ist. Weit, weitaus entspannter als ein Stream. Ein Stream ist hektisch, weil ich immer auf den Chat gucken muss. Und dann heißt es. Zero, achte auf mich. Ich bin Deadline. Hehehe. Und ja. Ach, was soll ich sagen. So ist das halt. Gut. Ja, Stromprobleme. Ich weiß, dass wir Stromprobleme haben. Das passt schon. Ich habe ja genug Geld. Wir können uns mit dem Geld über Wasser halten. Ihr findet zum Glück momentan genug Geld, dass wir uns über Wasser halten können. Und ja. Das muss ich quasi am Anfang der Folge immer machen. Weil wenn gleich die ersten rausgehen. Das Problem ist, dass die ersten, die ich rausschicke, alle im Generator arbeiten. Alle. Keine Ahnung warum. So. Und so. Gut. Das haben wir. Ich mache mal kurz mal mein OBS an. Man hört mich. Gut. Perfekt. Ich hatte gerade kurz Angst. Ich habe nicht. Letztens eine Aufnahme hat man mich nicht gehört. Und die musste ich verwerfen. Und das war echt elend. Echt elend. So. Gut. Somit würde ich sagen, lassen wir sie erstmal ein bisschen durchlaufen. Wenn wir sie brauchen, können wir sie immer noch fix durchmachen mit Coca-Cola-Quantum. Aber eigentlich ist es so gewollt, dass ich sie immer halt arbeiten lasse. So. Wir haben... Ach, das Inventar ist hier. Boop. So. Wir haben einmal Deadline, der möchte was bauen. Er möchte es von der Waxi gebaut haben. Und wir haben Kill1414, der was bauen möchte. Ich weiß jetzt nicht, wer der Erste war. Aber Kill1414 hat im Marktplatz-Livestream letztens eingebaut. Deswegen werde ich als nächstes Deadline machen, der eine T45a-Rüstung bauen möchte. Das werden wir auch gleich einleiten. Ich würde sagen, aber wir schicken erstmal die Ersten raus. Ne? Das ist, glaube ich, ganz vernünftig. Weil dann haben wir sowieso ein bisschen Freizeit und warten auf Quests. Von daher passt das ganz gut. Ich habe immer noch genug Stimpacts. Ich war ja letzte Folge gar nicht draußen. Oh, ich habe meine Winten. Moment. Ich habe eine Rüstung. Äh? Ich mache jetzt davon gerade ein Screenshot. Datei, speichern unter. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wird er wissen, naja, Ton vom Handy aus, äh, Flugmodus. Dankeschön. Ähm. Vielleicht wird DoubleX wissen, was ich meine. So, äh, ja, ich habe seinen Schatz gerade sowieso offen. D, 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 D. Vielleicht antwortet er uns mitten in der Folge. Das ist auch ganz spannend, wie ich hier mit ihm schreibe. Und dass ihr das hier gerade lesen könnt. So, ähm. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. Vielleicht hat er das da einmal nur kurz reinkopiert, um es da zu speichern und hat es da vergessen. So, Serana, äh, du hast jetzt noch ein paar Tage Zeit, um dir auszusuchen, was du davon haben möchtest. Sonst verschwindet es. Von alleine. Deswegen, guck es dir an, du hast drei Lupen, zwei Kameras, vier Teddys, vier Klebeband. Normalerweise kann man das nicht stacken, aber Serana hat Sachen auseinander gebaut und da kommen sie erstmal gestackt raus. Und dann sucht man sich da raus, die Sachen raus, die man möchte und freut sich dann Keks. So. Gut. Dann würde ich sagen, schicke ich mich erstmal los. Äh, ich würde jetzt am liebsten schon die T5 für sich anziehen. Aber ich brauche das Geld. So. Das wäre, das wäre Bugusing, oder? Wenn das aus Versehen wäre. Das waren acht. Ne? Neun. Respekt an meine Wenigkeit. So. Ihr arbeitet fleißig? Ja, sehr schön. Da können wir übrigens noch einen Tempomodus machen und, ähm, verwässere zwei Räume. Machen wir gleich alles. Wir haben ja Zeit. Wir haben jetzt 24 Leute. Wir teilen sie durch, äh, sechs oder acht. Acht. Wir nehmen acht. Das sind nur zwei mehr. So. Dann haben wir Deadline. Äh, den machen wir jetzt kurz fertig. So. Eingesackt. Deadline. Du besitzt 25,17. Wir schicken die hier erstmal runter. Nicht, dass du noch einen Gratuspunkt bekommst. Das will hier ja keiner. Und, da habe ich schon mal vorgebereitet, wir spulen einmal kurz vor. Und zwar brauchen wir gar nicht, ne? Die paar Sekunden warten wir noch. In der Zeit öffnen wir einfach mal das Haustier und gucken, was sich da drinnen befindet. Ein Papagei, der golden ist. Zielabschluss mal zwei. Äh, ich habe es immer noch nicht begriffen. Warte. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Okay. Mal zwei. Ziel. Zielabschluss. So. Tipps und Tricks. Steuerung F. Ziel. Abschluss. Okay. Pads wie Winnie. Äh, war cool. Max, Pip, etc., die zweimal Zielabschluss oder sogar dreimal Zielabschluss machen, sind extrem universell einsetzbar für das Erfüllen von Aufgaben. Beachtet dabei, dass die Pads sich pro Raum nicht addieren. Also solche Pads immer verwirkbar halten, um sie im Fall der Fälle auszurüsten. Beispiel. Zehn Bewohner mit Gleisgewehr ausrüsten. Erst dem jeweiligen Bewohner das Pad geben, dann die Waffe ausrüsten. Ach. Das ist, ah. Das ist, ah. Okay, ah. Ich verstehe. Das heißt, dieser Zielabschluss, ähm, ist damit der, äh, die Ziele gemeint. Zum Beispiel, wenn da irgendwo ein Feuer ausbricht, gebe ich ihm das Viech. Und, äh, dann kriege ich halt zwei Stacks. Also, aber, darum geht's ja hier nicht. Denn hier geht's darum, ob ihr Winnie kaufen möchtet, das ist ein süßer kleiner Papagei. Er, äh, befindet sich ab sofort, ähm, im Aktionschannel unseres Discords. Und ihr könnt natürlich auch direkt auf, ähm, äh, in den Kommentaren schreiben. Hier haben wir Auktionen. Das wird dann später alles gelöscht sein. Da würde ich dann neue Auktionen machen. Und, zack, bumm, krach. Dann gibt's da halt Winnie. So. Oder vielleicht werde ich's gar nicht jetzt löschen. Ich meine, wozu? Ich werde, ich werde Winnie einfach drunter schreiben. Ab sofort als Auktion. Kauft's euch. Freut euch. So. Winnie haben wir bekommen. Coole Sache. Und ich würde sagen, wir machen hier mal den Tempomodus. Yeah, Baby. So. Gut. Deadline mit 25, 17, wenn ich mich recht entsinne. 17. So, erkunden. Wir haben hier an dieser Stelle Aeroflasher. Ich geb dir jetzt noch eine Woche Zeit. Der hat sich bei mir gemeldet und möchte jetzt aktiver werden. Ich seh bisher noch nichts von Aktivität. Ich weiß nicht, ob er irgendwas im Inventar hatte. Allerdings hat er nicht mal Stimpacks gekauft. Deswegen eine Woche geb ich dir noch Aeroflasher. Dadurch gemeldet hast. Kleine Verzögerung. Und nächste Woche, wenn du bis da nichts gemacht hast, bist du weg. So. Da musst du halt wirklich was machen. Nicht schreib, ich werd aktiver. Sondern da musst du halt wirklich was machen. So. Kommen wir zu Serana, die sowieso eigentlich keinen Platz hat. 25,6. Kriegen wir noch einen Tempomodus hin? Wird gefährlich. Okay. Und dann warten wir noch mal 15 Minuten. Ich find's gut, dass wir mittlerweile bei 15 Minuten angekommen sind. Das ist nämlich schon irgendwo ein bisschen stressig gewesen. Ähm. Ständig eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorzuspulen. Dreiviertel Stunde find ich da eigentlich ganz gut. So. Oh, da haben wir ihn fertig. Es ist King Julian. Geh mal wieder in die Arbeit. So. Serana, du darfst rausgehen. Zack. 25. Ich merk's mir eh nie. Äh. Ähm. 6. Reicht auch vollkommen aus. 6. Später brauchen wir eigentlich gar keine mehr zu kaufen. So. Dann kommt als nächstes Ilja. Ilja, du hast natürlich Sachen zum rausgehen. Oh, Serana auch. Verdammt. Was war das? Ähm. Ödland-Chirurg. Haha. Noch rechtzeitig geschafft. So. Und Ilja hatte eine schicke förmliche Kleidung. L5. Ich hab's mir gerade, äh, ist mir wieder in den Sinn gekommen. Äh, weil sich, äh, Ilja beschwert hatte. Ist meine Rüstung? Hat man mir sie geschenkt? Okay. Ich zeige euch jetzt die Suchfunktion. Äh, T. 45a. So. So haben wir noch nichts gefunden. Äh, hat das vielleicht richtig gemacht? Ich hab's nicht geschrieben. T minus. Banane. Power. Rüstung. Kann ich in der nächsten normalen Folge die Power-Rüstung oder den Getten-Glaser bauen? Hm, hm, hm. Okay, keine Ahnung. Wir haben hier auf jeden Fall eine T45a-Rüstung. Aber, ich weiß es. Double X hatte sie, glaub ich, ne? Ach so, hat er sie mir dahin gelegt, damit ich's mir merke? Moment, T45a-Rüstung. Ich bekomme noch T45. Kill brauchte den Platz, also habe ich erst mal in dein Inventar gelegt. Ich bekomme noch T45a-Rüstung. Ich muss jetzt mal in deinem Inventar gelegt. Ah. Ein Knopf. Ich jetzt wissen, was du wollen. Okay. Und natürlich nicht vergessen, ein Kuss-Smiley. So. Okay. Hier haben wir übrigens noch Kiri und Kyajo, die sich ein paar Sachen teilen. Ihr müsst euch mal besprechen, wer was davon bekommt. Und wir gehen direkt weiter mit schicke, förmliche Kleidung. Habe ich ihnen die jetzt gegeben? Sie ist verschwunden. Okay. Moment. So. Ich packe sie dir jetzt in dein Inventar, denn XX möchte das hier nur für die Quests machen. Deswegen wirst du jetzt dafür einen Inventarplatz verbrauchen. Huch. Deadline hat einen super-duper-Mat entdeckt. Betreten. Das ging schnell. So. Rede mit den beiden Auseinandersetze zum Beteiligten-Parteien. Okay. Ich weiß, da sind jetzt zwei Parteien drinnen, ja. Duda, keine Bewegung. Das hier ist eine taktische Operation der Stehlern und Bruderschaft. Gib bitte deine Identität preis. Eine Katze. Streuner. Gib bitte. Ja, habe ich schon. Ich bin ein Albtraum und zwar dein Schlimmster. Ich bin nur ein Waldbewohner, der das Ödland erkundet. Wir fühlen uns alle sicherer, wenn ihr in der Nähe seid. Schleimhörn muss auch sein. Ich weiß, dass Deadline ein Schleimer ist. Das hört man gerne. Danke. Ein Teddy hat er bekommen. Cool. Wir können hier draußen Leute leben. Äh, wie können hier draußen Leute leben? So. Noch eine Waffe, ein Bauplan. Oh, 28 Stimpacts. Deadline hat der letzter Zeit Glück mit Stimpacts. Der findet ständig welche, ne? Oder war das nicht Deadline? Ich glaube schon, ne? Keine Bewegung. Wir müssen dich scannen. Ich hasse dich, Deadline. Mittlere Strahlungswerte, angemessene Hygiene, niedrige Gehirnaktivität. Das muss ein Waldbewohner sein. Nein. Doch, ich mein ja. Tötet ihn! Freund oder Feind? Freund, ich habe diese Mistkelle von der Bruderschaft für euch erledigt. Definitiv Feind! Weißt du was? Eigentlich ist mir eure kleine Auseinandersetzung scheißegal. Freund, ich habe diese Mistkelle von der Bruderschaft für euch erledigt. Und? Wirklich? Wir hatten das im Griff. Aber trotzdem, danke. Hier, bitteschön. Die gehen gleich hoch und denken, oh, ich bin jetzt frei. Oh, schön. Steckt ihm noch mehr in den Arsch! Los! 2000 Franken. Kronenkorken. Der Typ hat so ein verdammtes Glück. Er ist ja auch eine Katze. Der kriegt doch eine scheiß Lunchbox. 2500 Kronenkorken und zwei Nougat-Cola-Quantum. Könnt ihr euch das ausmalen? Bleib ruhig. Ich bleib ruhig. Ach, haben wir sie schon hier? Okay, Deadline. Das ist sie nicht gewesen, aber wir öffnen sie jetzt trotzdem. Ich habe mich gerade erinnert, das war ja für die Langlauf-Challenge. Ja, so. Deadline bekommt eine Schaufel. 100 Kronenkorken. Eine Kellnerin-Kleidung, die wirst du auch gebrauchen können. Energy. Und 500 Kronenkorken. Danke! Danke Gott! Ja! Glück gehabt. Glück gehabt. Nichts Gutes. Dem haben die wirklich zu viel in den Arsch gesteckt. Weißt du, jetzt kommt er mit dem Argument, ja, aber das war doch gar nicht meine Lunchbox. Doch, war sie. Doch, doch. Ist ja egal, welche Lunchbox du öffnest. Kann man ja nicht vorher wissen, was drin ist. Und dann ist gleich in der Lunchbox, die er mitbringt, eine Power-Rüstung drin oder irgendeinen Scheiß. Dann würde ich mich freuen. Ah, nein, ist okay. Ich bin fair. Das war nicht deine Lunchbox. Wir holen uns jetzt eine neue gleich. Es ist halt nicht deine gewesen. Ich kann es nachvollziehen. Es ist nicht deine gewesen. Es war so eine scheiße Lunchbox, die da seit Ewigkeiten rumlag und niemanden etwas genützt hat, weil nur Scheiße drin ist. Deswegen ignorieren wir einfach die Lunchbox. Wir wollen ja alle fair sein. Ich hab's verkackt. Ich gebe es zu. Und deswegen werde ich diesen Fehler auch beseitigen. Es war halt nicht seine Lunchbox. Kann ja sein, dass das eine spezielle Lunchbox ist, die man erfindet. Weißt du, dass da jetzt was Spezielles drin ist, dass man aus dem Ödland kriegt. Oder dass diese Lunchboxen aus dem Ödland besseres Zeug beinhalten. So eine Geschichte. Kann alles sein. So, aber nichtsdestotrotz wollen wir mal weitermachen. Wie viel Zeit habe ich jetzt schon rum? Alter, 20 Minuten. Okay, beilen wir uns mal ein bisschen. Ich quatsch wieder zu viel rum. So, wir haben... Ilja. Du bekommst gleich auf jeden Fall Zeugs. Wir warten nochmal 6 Minuten. So... Um halb. Dann machen wir nochmal einen Tempomodus. Bei 17 pro... Ich fühle mich jetzt von diesem Spiel echt angegriffen. So ganz ehrlich. Die wollen mich doch fertig machen. Ich werde mal so lange was trinken, solange die da hackern. Hackern. Und dann fliegt der Vogel weg. So. Ich werde Winnie jetzt einfach so lange missbrauchen, bis jemand einen Besitzer hat und fertig ist. Oh Gott, ist der nervig. Shit. Ich würde jetzt den ganzen Tag so kreischen. Würdet ihr mal aufhören zu sterben? Ich muss auch darauf achten, dass ich heute niemanden töte. Weil in Folgen ist das ja so, dass der Tod aktiv ist im Ödland. Ist ein bisschen ungünstig. Wir können... Achso. Good Big Gamer. Also ich warte jetzt noch ein paar Folgen, bis ich den rauswerfe. Man kann ja in den Urlaub gehen, aber... Irgendwo sollte man das nicht über... Ein, zwei Monate machen. Weil dann brauche ich auch gar nicht mitspielen, wenn ihr so lange weg seid. Kommt immer auf andere Zwischengründe. Wenn ihr jetzt im Krankenhaus seid wie Crane, kann ich das vollkommen nachts vollziehen. Aber wenn ihr irgendwo an den See fahrt oder so... Mit einem Monat... Ist irgendwie seltsam. Was hast du gerade da hingepinkelt? Ganz genau gesehen. Ich brauche Hilfe beim Kreuzwort-Drehzellen. Beginnt mit K, endet mit I. 15 Buchstaben. Verdammt, ich habe das Wichtigste nicht gelesen. Ist doch einfach. Kastel. Ilja, ich empfehle dir... Ähm... Einen Laborkettel zu tragen. Dann wirst du ein bisschen schlauer. Oder hab ich das jetzt einfach nur falsch vorgelesen? Dann brauche ich sowas. Nein! Ich muss mal gucken, ob die Jungs verbrennen. Alles gut. Nö, nö! Tut mir leid. Manchmal provoziere ich das Ganze auch absichtlich. Ihr merkt schon. Es soll ja auch ein bisschen spannend werden für euch. Es soll ja nicht einfach einfach werden. So. Okay, spulen wir mal wieder 15 Minuten vor. So. So. Sind zwar nicht genau 15, aber... Ich denke, darauf können wir verzichten. So Ilja. Ilja besitzt insgesamt... Ähm... Wofür habe ich das jetzt gemacht? 0 und 4. Er hat immer noch einen Hund. Lola. Ilja. Solltest du überdenken, ob du den verrichtest. Keine Ahnung. Ghost. Okay. So. Dann kommen wir zu... Kiago. Kiago, du hast 8, 7. Und du hast auch deine alten Sachen an. Die wirst du auch anziehen. Und zwar am Montag. Im nächsten Live-Marktplatz-Stream. Übrigens weiß ich nicht, ob wir übernächste Woche streamen oder eine Folge kommen. Weil jetzt kommt's. Ähm... Ich ja dann in der neuen Wohnung bin. Und ich nicht weiß, ob wir bis dahin Internet haben. So. Ähm... Drückt mir die Daumen, dass bis dahin Internet da ist. Ansonsten müssen wir uns da ein bisschen wirklich gedulden. So. Kommen wir zu... King Julian 1815. King Julian. King Julian 1815. King Julian 1815. Kommen wir wieder? Ja. Ich täusche mich nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Naja. Papagei bleibt mal da. Da ist das wenigstens abgeschlossen. Flüchte du nur Papagei. Flüchte. Hm. Wir gucken so lange den Jungs hier beim Training zu. Das macht ihr echt gut. Wie die Katze einfach mal mitmacht. Nice. Einsam spielt der Karten. King Julian ist einfach mitten im Spiel weggegangen. Oh oh. Helft. 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 Sonst sterben sie. Kacke. Oh. Überlebe es. Überlebe es. Kacke. 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 Im Robben. Dude. auhgh. Auch kein Stück knapp. Weiter. Puh. Heute war ja ja. Zero Spiekglück. Spiel. Eieieieieieieieieieieiei. Super Illes rum. Ne äußte ja dann wieder. Нов ceuxchen sehen sie bei ihnen zouveränitätsschulen. 15 so dann haben wir Muffin HD Muffin 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 HD 016 Muffin ich geb dir jetzt einfach mal 5 mit es ist sowieso sinnlos es ist sowieso sinnlos ich mehr als einen mitzugeben ich werde dich beobachten ich werde dich beobachten ich stelle dich jetzt in den Beobachtungsmodus I'm watching you so ähm wo ist mein Snipping Tool machen wir doch direkt mal ein Beweisfoto so sieht es bei ihm jetzt aus mal gucken wie es nächste Folge aussieht so ja gut dann kann ich auch etwas schief ganz normal machen ich habe jetzt ein Foto von so Muffin beim nächsten Mal hast du ein Problem so ähm kommen wir zu Teraboy Gruppe Gruppe ja 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 ich weiß ich habe eine Gruppe und eine Milliarde von jedem Zeug von daher gut dann lasse ich halt eure Stimppacks unantastbar sollt ihr sie behalten ich werde von Ehringardist vielleicht nochmal 25 nehmen damit er irgendwo da nicht so eine riesen Zahl hat oder oh nö ich schiefgreif aus der Gruppe weiß gar nicht was er gesagt hat aber ob ich das priorisieren soll aus der Gruppe oder nicht ja da steht Gruppe für mich bedeutet Gruppe aus der Gruppe so fertig aus so wollen wir Tempomodus machen bist du bereit mit Max Band ich halte dich mal ganz kurz so oh das 17% verdammt 17% was ist denn daran so schwer das schafft meine Oma was ist denn das so kommen wir bestimmt nicht voran das war so unsere neue Aufgabe erhöhe eine Spezialstatistik 18 Stück Leute trainiert mehr okay spulen wir vor ich habe Stimpaks jetzt verbraucht dafür so 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 unnobisch gut warten wir nochmal 15 Minuten oder was warten wir halt nochmal 15 Minuten was zum Teufel tue ich da da muss ich drauf drücken so guti von denen ist immer noch keiner fertig so Terra Boy muss noch raus und Terra Boy du besitzt genug ne ja 25 25 komm so 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 Das ist ein Albtraum. Das ist ein absoluter Albtraum. Was will die Folge heute von mir, will die mich quälen? Übrigens, heute ist ja Challenge-Tag, das heißt es wird wieder keiner an der Tür stehen, deswegen habe ich auch 8 pro Gruppe, normalerweise wären es halt 6, aber da jetzt alle rausgehen und wir ja nach dem Langlauf-Prinzip gehen, denn wer am längsten läuft, dann bekommt die Lunchbox und so weiter. Ich habe das Gefühl, ich sollte heute keinen Tempo-Modus mehr machen, habe ich überhaupt eine Tempo-Modus-Aufgabe, nein. Wir spulen einfach mal eine halbe Stunde vor. So, ich bin jetzt zufrieden, Terra-Boy auch, Terra-Boy ist wo, ich sehe eine Katze, aber nicht Terra-Boy hat er. 25 25 ich wusste nicht, hat er vorher was gehabt? keine ahnung bei Kärcho weiß ich auch nicht ist ja alles hier recht blau und Ilya haben wir gemacht von daher, gut Offiziersbekleidung, weiter an geh raus, zeit fröhlich so, damit hätten wir das geschafft und jetzt möchte ich mal eine Mission fertig machen ich meine, ich brauche eine billige Baracke und rüste sie zweimal auf aber im Prinzip her ist das eine gute Quest yeah so, dann löschen wir sie wieder so, nächste Quest Töte 13 Kreaturen im Ödland das kriegen wir hin das ist ja nicht das Problem, ne? Höhe eine Spezialstatistik von 18 Bewohnern oh, easy, easy na gut, dann lassen wir es laufen und wie angekündigt ähm, werden wir eine Quest neu machen und zwar, äh Naturwunder werden wir mal skippen Königin der Todeskrallen Besiege eine Alpha-Todeskralle und die Raid-Anführerin Belohnungen ein Mr. Handy 3 Mr. Nuka Cola und ein goldenes Schrottding ist not bad ist not bad ja, easy geschafft gut was wollte ich noch machen? ich weiß das nicht und was wollte ich noch machen? genau wir haben ja einen neuen Charakter und der sucht einen Besitzer hier haben wir es wir haben äh, Bratenberta Eihann Mr. Grün hoffentlich kommst du und Pandaleon das Ganze ist schon auf 0 allerdings muss ich hier leider eine 5 eintragen sonst haben Mr. Grün und Pandaleon keine Chance so, 5 sorry jetzt darf man mir nichts auf dem Tisch liegen sonst kipp ich das um mit meiner fetten Hand so ich werde jetzt F9 drücken bis da eine 5 oder 0 steht 5 so denn 5 wir haben ja keine 5 Personen wir haben nur 4 und 0 existiert ja auch nicht das heißt alles dazwischen wenn ich jetzt einmal F9 drücke ist es fair weil alles kommen kann ich druck auf F5 und es ist die 3 Mr. Grün ich freue mich sehr gut mein Fehler äh vom was war das? war das vom Stream oder von der letzten Folge? von der letzten Folge, ne ist somit äh wieder entfernt Mr. Grün jetzt liegt ein Glückwunsch du bist wieder dabei so was kannst du Mr. Grün? äh Charisma cool ja du okay geh mal da hin da ist momentan eigentlich nur einer drin ist ein bisschen ungünstig ähm können wir das einfärben? A-Road können Railroad machen holy shit das ging schnell neuer Auftrag äh steige 8 mal im Ödland auf kiajo king julian soo So. Irgendwas quält mich. Was hast du heute gegen mich? Ich werfe auch noch alles um nebenbei. Mein Büro brennt. Ja gut. Wir haben heute sowieso schon alles erledigt. Ich will jetzt noch ein bisschen chillen. Ich schaue dabei immer gerne ein YouTube-Video. Und nach diesem YouTube-Video sollte keiner im Ökland was gefunden haben. Wobei Deadline schon was gefunden hat. Aber die anderen sollen ja auch eine Chance bekommen, etwas zu finden. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wenn alle auf dem Rückweg sind. Und dann habe ich auch schon die Werte für euch. Wer alles momentan am längsten gelaufen ist. Es wird ja nur einer sein. Der, der am längsten gelaufen ist. So Freunde, wir sind zurück. Alle sind durchgelaufen. Ich habe Fotos geschossen, weil ich keinen Stift mehr habe. Weil ich alles in Berlin habe. Und wir haben zwei Kandidaten, die am meisten gelaufen sind. Zuerst dachte ich, es wäre Deadline mit zwei Tagen, elf Stunden und 42 Minuten. Aber dann ist jemand noch ihm zuvor gekommen, der noch ein bisschen länger gelaufen ist. Und das ist der Terra Boy mit zwei Tage, 16 Stunden und zwölf Minuten. Das muss überboten werden. Und das war ja so klar. Hilfe! Feil dich bitte. Sonst breiten die sich hier wieder überall aus. Dann wird doch noch mal hin. Geh wenigstens da hin. Das ging schnell. Jetzt gehst du da hin, weil da gehen sie als nächstes hin. Und da laufen sie halt dann gleich durch. Was soll's. So, wir haben Mr. Handy bekommen. Boom! So, ab sofort wird auch Mr. Handy versteigert. Das heißt, wir haben heute zwei Versteigerungen. Es wird einmal Versteigerung A begeben und Versteigerung B. Je nachdem, für was ihr steigern wollt, drückt ihr einfach, schreibt ihr einfach A für 1000 Kronkorken oder B für 2000 Kronkorken, je nachdem, wie ihr ausgeben wollt. Der Höchstbietende gewinnt. Am Ende wird's, glaube ich, bis Montag gehen, Montagabend, ähm, wird dann quasi die Deadline gesetzt. Ich sage jetzt mal 18 Uhr. Ich werd's auch mal vergessen. Double X, äh, ich schreib's, ich schreib's direkt rein. Ich schreib's direkt in der Auktion, dass beides bis 18 Uhr geht. Dann kann ich auch nicht sagen, äh, bis 20 Uhr. Nein, bis 18 Uhr. Ich versuch's mir zu merken. So. Da, ich setze mich. So, alle sind da, ne? Gut. Dann würde ich sagen, let's beginn. Wir haben hier als allerersten Ilja. Ilja, wir gucken mal in dein Inventar. Bleibt sich so schön. Wo ist das jetzt? Da. Ilja, mein gutster, du hast genügend Platz. Wir verkaufen die normalen Gegenstände für 180 Kronkorken. 1.524 bekommst du und du hast nur Schott gefunden. Ja. Das kommt davon, wenn man keine Stimpics hat. Kamera, Globus und Globus gehören dir. Plus 2, 4, 6. So, Chiado. Wir haben 190 Kronkorken plus 1.309 Kronkorken. Du erhältst eine Waffe und wir gucken erstmal, ob du Platz hast. Hast du. Du bekommst nämlich ein fokussiertes Lasergewehr. Kommen wir zu King Julian. Wir kaufen die normalen Gegenstände für 430. 2.118 bekommst du noch. King Julian, du hast genug Platz. Ich würde sagen, wir gucken mal, was du behältst. Wir haben hier eine Menge Schrott. Suchst du was Spezielles? Du hast kein Symbol, also suchst du gar nichts. Das heißt, ich kann dir geben, was immer du tragen kannst. Du kannst, oh, du hast dir einen Metarplatz gegönnt, King Julian. Du kannst insgesamt 8 Sachen tragen. Wir priorisieren natürlich die guten Sachen. Was auch immer jetzt noch gut ist. Ja, viele haben wir hier auf jeden Fall nicht. Du hast verdammt viele Teddys und... Was sollen die ganzen Teddys und die Globusse? Globuli. Wie auch immer. Keine Ahnung, ich denke mal mehr als 2 von allem wirst du nicht brauchen. So, du kriegst auf jeden Fall 2 Globuli. 2 Teddys. Ein getuntes Lasergewehr und eine Kamera. Plus 100, 250, 250. Plus 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kronenkorken. Wir sammeln. Dann haben wir Serana. Keine Sorge, das war alles geplant. Alles geplant. 4.000 Kronenkorken. Normale Gegenstände werden für 460 verkauft. Und du hast Platz von 1. Ich gebe dir das Professoren-Outfit, glaube ich, mit. Oder vielleicht doch eine Waffe. Was heißt für eine Waffe, röstiges Plasma-Gewehr. Ich glaube, das Professoren-Outfit wäre sinnvoller, nicht wahr? Ich gebe dir das Professoren-Outfit mit. Das Professoren-Outfit I4 L1. Und du bekommst noch 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 Kronenkorken. Plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Kronenkorken mit dazu. Das ist das, was du trägst. Wir sammeln dich ein. Und kommen nun zu meiner Wenigkeit. Meine Wenigkeit kann 5 tragen. Willkommen nun mal eine Gegenstände für 600. Und, äh, mhm, mhm, mhm. Habe ich echt nichts gefunden. Habe ich echt nichts gefunden. Boah. Rein gar nichts. Na ja. Shit, äh. Ich bekomme ein Mikroskop, eine Kamera, eine Schaufel, eine Kamera. Und, äh, 100, 200, 300, 350 plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Kronenkorken. Das ist das, was ich derzeit trage, wie immer. Kommen wir zu Deadline, der 610 Kronenkorken bekommt, äh, plus 6496. Wir verkaufen den normalen Schrott mal gleich mit. Was ist denn das heute, dass wir alle so viel Schrott finden und so wenig Waffen? War das schon immer so? Kann das sein? So, Deadline. Bei dir sieht's aus, dass du hast hier jetzt zwar noch ein paar Sachen, ähm, die werden heute sowieso gebaut. Deswegen überlasse ich dir ein militärisches Klebeband, äh, zwei Mikroskope, eine Schaufel und, ja, den Brahmin-Leder hier. Äh, der Rest ist, glaube ich, nicht zu gebrauchen. Und dann haben wir 50 Kronenkorken, 100, 150, äh, 300, 400 Kronenkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, Oh, hier geht's noch weiter, hatte ich die mit gezählt? Da hab ich. 22 Kronenkorken. So, das ist das, was du derzeit trägst und wir sammeln dich ein. Duplikat. Cool. Und sonst mal kurz Strom ein, sonst kriegen wir Probleme. Deadline, wir öffnen jetzt deine richtige Lunchbox. Ich, ich hätte die ganze Zeit nur ein schlechtes Gewissen, wenn wir die, wenn ich die falsche Lunchbox geordnet hätte. Ich weiß, es macht eigentlich wirklich keinen Sinn. Und ich gönne es diesem Deadline kein Stück, dass er irgendwas Gutes aus diesem Drecksding bekommt. Aber ich kann es mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren, ihm die falsche Lunchbox gegeben zu haben. Und deswegen öffnen wir jetzt die richtige. Ich weiß, es ist total absurd, aber es ist nur ein Rollenspiel und es ist nur mal so, dass er seine Lootbox öffnen soll. Nicht irgendeine andere, sondern seine. Versteht ihr, was ich meine? So, Muffin, 553 Kronenkorken plus 120 und du kriegst eine Kamera und ein Brahmin-Leder, insofern du sie tragen kannst. Ja, kannst du. Gut. Plus 4 Kronenkorken. Das ist das, was du trägst. Teraboy, der Langläufer hier unter uns. 3950 Kronenkorken plus 630 Kronenkorken. Da! Wieso vernünftig bist du der Einzige, der hier vernünftige Sachen findet? Ja, gut, so vernünftig sind sie auch nicht. Aber auch eine Menge Schrott. So, Teraboy, was kannst du tragen? Du kannst 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen tragen. Teraboy sucht etwas. Mikroskope Platine. Ein Mikroskop haben wir hier. Dann nehme ich mal an, dass der Rest weg kann. Steht ja nicht auf seiner Tafel. Ja, sonst hat er eigentlich nichts Gutes gefunden. Na gut, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 Kronenkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Was habt ihr alle heute mit euren 18 Kronenkorken? So, damit haben wir alle eingeladen. Wir öffnen jetzt die richtige Landschbox. Bitte sei auch nur Scheiße drin. Bitte. Bitte. Aufnahme läuft noch. 100 Kronenkorken. Eine Maßkleidung. E4. Redaway. Ein Mikroskop. 500 Kronenkorken. 500 Kronenkorken. Da war nur Scheiße drin. Ja. So. Wollen wir jetzt hier doof rumlaufen. Erstmal an Platz und Stelle. So. Ey, Serana, ne? Serana, du bekommst natürlich auch ein Swingkleid wieder an. Das ist Kellnerin-Outfit. Muss ich noch löschen. Swingkleid, Swingkleid. Mit S. Ich swinge. Swingkleid. So. Ilja, du bekommst natürlich auch deine Kleidung wieder. Du hattest nämlich ein Sports-Fan-Outfit. Ich merke mir das jetzt schon richtig gut, ne? Es ist richtig gut geworden. Und Respekt an mich. So. Wen haben wir da noch? Terra Boy. Terra Boy. Bummer hier. Juckummer hier. Was haben wir hier? Dad allein. Du bist auch noch da hin. Und du bist da hin. Wer bist du noch? Chiacho. Perfekt. Ich glaube, dann haben wir alle hier rumlaufen, ne? Sieht gut aus. So, ich würde sagen, kommen wir direkt zu den nächsten, bevor wir wieder questen und wir schicken als allererstes Ehrengardist raus. Der höchstwahrscheinlich sehr lange laufen wird. Aber ich muss da gar nicht nachgucken. So, wir haben... Awesome Vloggerin. 12.4 Sports-Fan-Outfit. Können wir die Gönche gerne schon mal anziehen? So, dass wir da wenigstens keinen Fehler machen. Sports-Fan-Outfit. Wieso haben wir keinen... Wir haben keinen Sports-Fan-Outfit mehr. Hatte ich... Das ist jetzt seltsam. Eigentlich müssten wir eins haben. Ach, ich... Ich muss Baxi da hinschicken, ne? Baxi. Ähm... Wir werden wahrscheinlich dann später noch eins bauen. Gucken wir mal. Wieso steht das denn... Sport-Fans... Ich hab seit langem schon gar nichts mehr gelöscht. L1. Achso, S. So, Baxi wird sowieso gleich arbeiten. Keine Ahnung, dann baue ich kurz eins, wenn wir eins bauen können. S finde ich halt seltsam, wenn so etwas passiert, weil... Eigentlich habe ich nicht so viele verkauft. Eigentlich habe ich überhaupt gar kein Sports-Fans-Outfit verkauft. Ich weiß jetzt nicht, ob mir da ein Fehler unterlaufen ist. Ich habe fünf Stück davon. Du kannst es nicht tragen. Du bist eine Frau. Ich bin ein bisschen blöd gelaufen. Tut mir leid. Also, Bloggerin, du behältst damit erstmal deinen robusten World-Anzug. Leute, einfach googeln. Sports-Fan-Outfit. World-Out-Shelter gegoogelt. Da steht das, Leute. Das Geschlecht drin. Und das war's. Mehr gibt es da nicht zu beachten. Es ist also very, very easy. Und sich dazu informieren, ob ihr sowas tragen könnt oder nicht. Nur eine Empfehlung von mir, weil mir ist das jetzt letztendlich egal, ob ihr das tragen kann oder nicht. Ihr seid diejenigen, die daraufhin enttäuscht sein werden. Und, äh, finde ich ein bisschen schade. So, raus mit dir. So. Ich markiere das mal für dich hier, damit du es sofort findest. Oh, das ist der helle Punkt. Gut, äh, dann kommen wir zu Baxi, der mehr als genug Baxi hat. So, wir machen kurz mal einen Tempo-Bodus. Ich sehe schon, das geht schief. Ach, Baxi geht ja gar nicht raus. Stimmt. Baxi stellt her. Nämlich eine T-45A-Rüstung. Und wir gucken mal nach, ob die Materialien alle so stimmen. So, herstellen. Oh, schwere Räderrüstung kann nun gebaut werden. So, und zwar ist es ein legendäres Item. Und er möchte gerne diese hier bauen, die T-45A mit S2 und E3. P-3 und P-3. Eigentlich genau dieselbe, die ich dir in den Mittag gegeben habe. Na gut, ihr wisst Bescheid. Oder gibt es hier was anderes? Wir brauchen drei Giddies. Haben wir. Zwei Kameras. Haben wir. Und zwei Kleber. Haben wir alles. Wird gebaut. Es dauert zehn Tage und sieben Stunden. Für euch zur Info, wir bauen jetzt hier einen Gegenstand. Und ich werde das jetzt nicht skippen, indem ich nur Coca-Cola-Flaschen reintue. Er wird das so lange bauen, bis es fertig ist. Und dann wird erst angezogen. Ne, Deadline. Deswegen habe ich sie auch nicht direkt angezogen. Weil ich fürchte, heute wird sie nicht mehr fertig. Wahrscheinlich wird sie heute schon fertig. Wegen der extra Lunchbox. Da hast du vielleicht Glück. Aber erst am Ende der Folge. Also, wenn ihr etwas baut und es länger dauert als die Folge, dann werdet ihr es halt in der Folge nicht mehr anziehen können. Das ist halt so. Habe ich extra so geplant und das sieht was zum Teufel. Ach, das ist das Ding. Ich dachte, das wäre seine Hand. Es sieht von Weitem, sieht das so seltsam aus. Naja. Baxi, höchstwahrscheinlich heute nicht rausgehen. Er priorisiert lieber das Bauen. So, Aiden. Der Aiden. Mit dem hatte ich ja vor dem Stream eine kleine Diskussion. Aber, sieht gut aus. Aiden, sieht gut aus. Was mich immer noch wundert ist, dass du das immer noch nicht mit dem Overall gemacht hast. Du arbeitest halt immer noch mit dem A-Overall im Wasserwerk. Die ist ein bisschen seltsam, Freund. Die ist ein bisschen seltsam. Aber ich schicke die raus. Bup. 17 und 12. Gut. Damit haben wir ihn rausgeschickt. Wir gucken mal, wer ist denn der Nächste auf unserer Liste? Der Nächste wäre Mr. Grün. Ganz neu dabei. Geh raus. Amüsiere dich. Hab Spaß. Such dir was Neues. Wir haben als Nächsten Kill 1414. Du bist der Nächste, der rausgeht. Wir spulen einmal ganz kurz die Zeit vor. Denn so können wir uns gleich mit den Packs eindecken. Immer jetzt doch wieder eine halbe Stunde. Einfach nur wegen Red Away, sonst kriegen wir kein Red Away. Die ist ein bisschen blöd. Wer wird denn hier geizig sein um eine Minute, Zero? Komm hier, zack. Kriegste. Und so lange machen wir parallel die Quest. Wie sieht in der Zeit unsere Quest aus? Ja, wir müssen noch eine Quest im Ödland abschließen, ne? Wieso immer dieselben? Kann das nicht mal jemand sein, der nicht schon OP ist? Erkunde die Hütte. Pass auf, Lunchbox. Ich sag's euch, Lunchbox. Er wird, er wird, er wird, er... Okay. Zum Glück ist das Ehrengardist. Und zum Glück hat er verdammt viel Leben. Aber, das letzte Mal... Freunde, das müsst ihr euch auf der Zunge zu gehen lassen. Das letzte Mal waren in so einem Gebäude, wo Todeskrallen waren, waren insgesamt, ich glaube, 15 Stimpacts drin, die er einfach mitgenommen hat. Das heißt, wenn er hier jetzt Stimpacts findet, der Ehrengardist, dann wird er die Langlauf-Challenge definitiv gewinnen. Und dann wird er ja doch die Lunchbox bekommen. Also... Hm? Hm? Alles, äh, ein bisschen seltsam. Schade, hätte ich, hätte ich doch die Lunchbox nicht auch so sehen geöffnet. Weißt du? Dann hätte Ehrengardist eine schöne Lunchbox gehabt, wo 500 Kronkorken drinnen gewesen wären. Das hätte mich gefreut. Und Ehrengardist, würdest du mal einen kritischen machen? Errengardist, du musst viel mehr Glück trainieren. Ich helfe, ob du mit einem kritischen anfangen könntest, mit deinem Charakter. Eine blaue Waffe. Kack-Pratzen-Leder. Gehärtete Jagdpläne. Ah, ich habe Schadenfreude. Es tut mir leid, ich weiß auch nicht, warum. Eigentlich müsste ich mich für euch freuen, aber... Ich bin ja immer für die, die noch nicht so OP sind. Mal gucken, vielleicht findet es nie etwas Schönes. Etwas Einzigartiges. Weil wenn er hier jetzt keines Timpacks findet... Oh, Mann, bin ich blöd. Nein, egal. Ich wollte den Fünffachen hinkriegen, er wäre ja instant gestorben, aber... Ich habe nicht die Power. Vielleicht brauche ich eine Sensu-Bohne. Nämlich wieder Fitbit. Ach, das ist deine Glücklichkeit, ne? Ich glaube, je glücklicher einer ist, umso mehr findet er auch, ne? Das kann gut sein. Jetzt komm, mach das letzte Viech platt und dann gucken wir, was du findest. Kann gut sein, dass das Kack-Pratzen-Leder quasi deine Belohnung war. Eine Golduhr? Ja. Gut, er hat ein Stimpact verschwendet. Ist jetzt nicht wirklich viel, aber... Naja, du hast ein paar gute Sachen gefunden. Ähm, ich würde glatt behaupten, das sind... Zwei bis drei Stunden, die dir jetzt wegen diesem einen Stimpact und die Hälfte flöten gehen. Aber du kriegst einen Kack-Pratzen-Leder und eine Golduhr, die sind schon einiges wert. Also, das sind tausend Kronkorken, die ihr jetzt gratis bekommt, quasi. Man muss dazu sagen, Deadline hat ein bisschen mehr Glück. Er musste nicht mal kämpfen. Deadline musste nicht mal kämpfen und er hat eine Lunchbox bekommen. Stell dir vor, Mr. Grün wäre da lang gelaufen mit seinen Level 4. Ha, 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 ha. Und kriegt er eine Lunchbox. Gut, im Endeffekt hätte er Kronkorken bekommen, aber... Wer weiß, vielleicht hätte Mr. Grün mehr Glück gehabt. So, neue Quest. Lasse einen Bewohner aus Ötland fünf Stunden lang erkunden. Das kriegen wir auch easy hin, ne? Boah. Gut, weiter im Text. Wir kommen als nächstes. Wie viele haben wir jetzt? Vier. Und wir haben jetzt noch nicht übrig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, wir schicken noch drei raus. Wir schicken noch drei raus. Kill 14, 14, du bist ja jetzt soweit. Raus mit dir mein Recke. Aber ich gucke nochmal sicherheitshalber. Kill 14, 14. Du hast mehr als genug. So, raus mit dir. Hab Spaß. Dann kommen wir als nächstes zu Aeroflasher. Dann zu Maxment Lopp. Der Robe der Republik trägt zum rausgehen. Maxment Lopp, ein kleiner Tipp für dich. Charisma bringt dir im Ötland einen Scheißdreck. Aber gut, ich ziehe es dir gerne an. Vielleicht kannst du dir ein paar handeln. Wer weiß. Du hast auf jeden Fall genug. Dafür muss ich eigentlich nur ein bisschen vorspulen. Ha. Einmal vorspulen gespart. Das spart Zeit, damit Baxi länger da bleibt. Ich bin kein Arschloch, nein. Ich weiß nicht, in letzter Zeit bin ich irgendwie so gemeint zu euch. Kann das sein? Zu allen in der Vault. Ich glaube, das liegt daran, weil ich selber in der Vault bin. Weil ich euch ein bisschen als Konkurrenz sehe. Aber wie ihr seht, ich bin niemand, der euch einfach tötet. Ich bin schon ein guter Spielführer. Ich bin jetzt nicht nur einseitig auf mich bezogen. Sondern ich gönne es euch. Ich habe Deadline die 500 Kronkorken gegönnt. Eiskalt gegönnt habe ich sie. Ich muss aufpassen, ne? Ich bin gerade erinnert. So. Die sollen wir ja nicht sterben, die Kollegen. Noch nicht. Zwei, vier, sechs. So, Maxment. Du bist deren Nächste. Genau, du hattest ja 25.10. So. Was ist nur los? Ach man, da war nicht mal ein Unfall, Mann. Da war nicht mal ein Unfall. Katze an Terra verliehen. Ähm, im Double X, warum steht da Katze an Terra verliehen bei Baxi? Wenn er doch jetzt in der Schmiede ist und quasi überschmiedet. Und bei Terra Boy sehe ich auch gar nichts, die Katze da ist. Du hast mir da auf jeden Fall nichts markiert. Da, Felix. Hab das jetzt gerade zufällig gesehen. Ich muss mir auf Terra Boy. Terra Boy, bist du tot? Keine Ahnung. So. Gut, ähm, ich würde sagen, wir haben alle Leute rausgeschickt. Wir können jetzt wieder Richtung Quests gehen. Ähm. Ja, sammle Wasser. Ich gut. Ach, da, ich sehe Terra Boy. Ach, Mr. Flauschig. Ah. Ach so, der. Ah. 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 Alles gut. Ich bin nur ein bisschen Panne. Das, äh. Baxi hat doch einen Hund. Gut. Freunde, ich gehe jetzt wieder ans Chillen. Ähm. Und dann werden wir gleich sehen, wer von dieser Gruppe der landläufigste ist. Und dann gucken wir mal, was wir machen werden. Übrigens, ähm, ich fähre Gas. Du, Freundchen, gehst raus. Und, äh, Mr. Handy von Kiel 1414 geht auch raus. So, dann haben wir hier halt nur noch Mr. Handy von Double X. Der immer noch keinen Namen hat. Ich erwähne es nur. Der geht dann später auch noch mit raus. Ach, weißt du was? Ich schicke den jetzt schon raus. Dann sind sie wenigstens alle gleichzeitig zurück. Nein, da sollst du nicht hingehen. Da, so. Gut. Freunde, ähm, ich gehe jetzt, äh, ans Chillen. Gucke, ob gleich nochmal eine Quest kommt. Wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns gleich. Der letzte läuft gerade noch. Äh, es ist Ehrengardist mit vier Tagen und acht Stunden. Hinter ihm war der Kiel 1414 mit drei Tagen und fünf Stunden. Hui. Und, ähm, ja. Ich muss dazu sagen, einen Tag mehr als Kiel 1414, äh, das zu übertreffen wird schwer. Und ich habe überlegt, äh, die Lunchbox, die ich vorhin geöffnet habe, ups, äh, die wird einfach die reguläre sein, die wir heute geöffnet hätten. Weil da muss ich auch nicht vorspulen. Das wäre unfair für alle anderen, die gerne bauen möchten. Deswegen behalten wir einfach die, die wir jetzt haben für, äh, zum Beispiel Ehrengardist. Ehrengardist, wenn er gewinnen sollte. Jetzt brauche ich auch noch Schluck auf. So. Wir beginnen mit Ehrengardist, weil das natürlich der, äh, längste ist. So, Ehrengardist, wo habe ich dich, ach da. So, Ehrengardist, du hast einen Platz von eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir kaufen deine normalen Gegenstände für 980. Du hast auf jeden Fall einen netten Flammenpäffer, den kannst du behalten. Und ganz viele gelbe, schöne Sachen. Oh Gott, viel zu viele. Okay, wir behalten erstmal die gelben Sachen und die gute Waffe. Oder sucht der Ehrengardist etwas Spezielles? Aber der sucht sogar was. Mikroskope, Platinen und Gris. Genau dasselbe. Okay. Haben wir hier Mikroskope dabei gehabt? Nein. Gut. Obwohl, die P3 könnte man eigentlich auch behalten. Ich behalte es in meinem Kopf, wenn du noch Platz hast. Ich würde dir aber gerne diese gelben Sachen trotzdem lassen, wenn Platz für die ist. Weil im Endeffekt kannst du dann selbst entscheiden, was du da machen willst. So, Flammenwerfer behalten wir auch mal. Robuste Ödglanzausrüstung klingt auch ganz gut. Damit haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Sachen. Und er kann ja nur sechs tragen. Hast du nicht genug Mikroskope mit vier Stück? Ehrengardist sucht sie immer noch. Solange es nicht aktualisiert sind, sucht er halt Mikroskope. Wenn du keine Mikroskope mehr suchst, aktualisier das bitte mit der Belegs. So, ich denke mal, die Golduhr kann weg und das Kackbratzenleder. Bin mir da ja nicht mal so sicher, was mit kann und was nicht. Die Laborgalaskolden. Damit sind wir auf neun, acht. Zwei Stück müssen wir noch verkaufen. Machen wir die. So, damit bekommst du eine robuste Ödglanzausrüstung, einen Druckluftflammenwerfer, ein Mikroskop, ein militärisches Klebeband, ein Getty Buttercup, ein Mikroskop und ja, das war's. Zudem kriegst du 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 300, 400, 550, 1550, 1550 plus, jetzt zähle ich die gelben, 2, 4, 6, 8, 10, nochmal plus 1000 und jetzt die normalen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 Kronkorken noch dazu, das ist das, was du in der Zeit trägst und wir sammeln, alter Schwede. So, weiter geht's mit Mr. Grün. Du hast dafür einen gepanzerten Worldanzug gefunden und eine rostige Jagdflinte, den verkaufen wir für 10 und dann kriegst du 151 plus 10, sind es 161 Kronkorken, der Aeroflasher, 702 Kronkorken plus 110 Kronkorken, du überhältst den Teddybär und das sind deine Sachen, die du in der Zeit trägst. Ich guck mal, ob der Aeroflasher Platz hat, eigentlich müsste jetzt jeder Platz haben, wir heute einen Platz. So, Kill 14, es tut mir leid für dich, du wirst nichts tragen können, denn deine Baumaterialien bleiben ja noch erhalten, die gehen ja nicht aus deinem Inventar weg. Sammeln. Außenblockerin, 1046 Kronkorken plus 180 Kronkorken und den Superkleber darfst du behalten. Aiden, 1732 Kronkorken plus 400 Kronkorken und du hast eine Menge gefunden, ähm, scharf schon so gewählt, ist ziemlich veraltet. Ich gebe dir die Kamera und das Bibliothek-Cars-Outfit 100, 200, 250 plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16 Kronkorken. Das ist das, was du trägst. Maxmittlob, 2024 Kronkorken plus 500 Kronkorken. Maxmitt, was kannst du denn tragen? Genug. Nice. 7 Stück. Mike sucht was Spezielles. Mike sucht Garn und Lupe. Immer noch. Also Leute, wenn ihr etwas nicht mehr sucht, sagt Bescheid, weil ich werde jetzt ein Inventar mit Garn und Lupe vollstopfen. War das Glück, dass du nur eine Sache gefunden hast. So. Ne, nicht mal. Du hast ja nichts davon gefunden. Oder? Doch, Garn. So. Das heißt, du erhältst ein Mikroskop, ein Garn, eine Schaufel, ein technisches, obwohl das brauchen wir nicht, Brahmin-Leder, Teddybär. Das sind dann die Sachen, die du bekommst, plus 200 plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Kronkorken. Das ist das, was du trägst. Und denk dran, Robe der Republik bringt dir einfach einen Scheiß da draußen. Kiel 14, 14. So leid es mir tut, aber du kannst nichts tragen. 4.945 Kronkorken plus 740 Kronkorken. Und dann muss leider alles hier weg. Tja, ja. Wobei, eine Sache kannst du ertragen, weil der Gatling-Laser ist ja nicht in deinem Inventar. Da steht ja nur, dass der Gatling-Laser gebaut werden soll. Das heißt, du kannst tatsächlich sogar die Militärplatine behalten, weil der Gatling-Laser ist ja theoretisch noch nicht in deinem Inventar. So, hast du aber noch mal Glück gehabt, dass ich das gesehen habe. Damit bekommst du 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1700, 1800, 1850 plus 24600, plus 24600 plus, wo ist es da? 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kronkorken. Das ist das, was du trägst. Und wir sammeln rein. So. Wie ist der hin? Die läuft noch. Wie ist der hin? Die läuft noch. Wie ist der hin? Die läuft noch. Oh. Wieder eine zerstörte Schule. Interessant. Du läufst uns damit einfach nur Kronkork. Ich glaube, ich habe für den Rest meines Lebens genug frische Luft geschnappt. Ich glaube nicht, Freund. Bis du tot bist. Okay. Deadline. Und Kiel für 14, ihr habt Glück gehabt. Ich habe gerade auszusehen den Bug ausgelöst. Und dementsprechend musste ich alle zurückschicken. Ich weiß nicht, was ich gerade gedrückt habe, aber plötzlich war die Musik weg und das ist der Anzeichen dafür, dass das Spiel umbuggt. Und deswegen musste ich den Bug zurücksetzen und musste die Zeit vorspulen. Also ich muss die Zeit vorspulen, bis ich endlich wieder einen Tagesbonus bekomme, der irgendwie ein paar Tage nicht gekommen ist. Ich weiß nicht, wieso. Also ich habe eigentlich alles richtig gemacht beim Zeit Diggins Bummins vorspulen. Aber ich habe es irgendwie verkackt. Keine Ahnung. Und eben Ja, es ist auf jeden Fall Glück gehabt. Deadline. Es ist heute noch fertig geworden und eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Aber es ist Glück gehabt, ne? So. Dann können wir auch gleichzeitig den Gatling Laser gleich bauen. Aber zuerst schicken wir die ganzen Leute wieder raus. Ich musste sie jetzt einmal ganz kurz zurückschicken. So. Wir fangen an mit Shorty. Wir verkaufen erstmal alles, was er gefunden hat. So. Heilen ihn fix und schicken ihn wieder raus, denn er hat sowieso keine Stimpacts. Da hatte ich gesagt, dass Shorty seit zwei Wochen glaube ich nichts gemacht hat. Double X. Da musste mal was zu sagen, ob er sich da gemeldet hat. Ansonsten wird er Richtung inaktiv wandern. Auch Mike, du wirst alles erstmal verlieren. Es tut mir leid. Aber gut. Wir heilen auch dich und du gehst raus für ein Red Away. Dann kommen wir zur Kiri. Auch du wirst komplett geheilt und wieder rausgeschickt mit gar nichts. Kiri, denk dran, dass du auch Stimpacts kaufen kannst. Mrs. Unknown. Da musst du auch mal gerne was zu sagen. Double X. Da weiß ich auch nicht, wie aktiv er jetzt ist. Ich habe ihn schon ewig nicht mehr schreiben sehen oder in seinem Charakter interagieren sehen. Außerdem macht er glaube ich auch momentan gar nichts. Ich weiß es nicht. Dieben. Wer kein Stimpacts mit ihm findet auch nichts. Deswegen ist sein Inventar auch noch so hübsch leer. Naja. So, und dann kommen wir zu Hassan. Bei dir tut das natürlich am meisten weh, weil du schon so viel gefunden hast. So. Oh. Naja. Weißt du, es ist ein positives. Fraglich, ob das positiv ist. So. Wir gucken mal. Wer hat denn das Glück? Mike. Mit einem Red Away. Betreten wir das Ganze, Mike. Tja. Und so kann man ganz einfach tollen Loot verspielen. Suche nach wertvollem Schrott. Je nachdem, was da jetzt drin ist, muss er so schnell wie möglich laufen. Naja, wird er gewonnen hittet und dann war's das. Oh. Vielleicht sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Stehen bleiben, Bewohner. Vielleicht hast du Glück, Mike. Wobei Mike nichts tragen kann. Die stille Bruderschaft beschlagnahmt jegliche an diesem Ort gefundenen Tech. Zu deiner eigenen Sicherheit solltest du dieses Gebiet verlassen. Nö. Nein, ich glaube, ich bleibe einfach und nehme mir, was ich haben will. In Ordnung. Ich kenne den Weg nach draußen. Ach man, könnt ihr denn überhaupt nichts abgeben? Bitte. Naja, das hier kannst du wohl haben. Brauchen wir sowieso nicht. Die Schaufen. Ah, Stimpact siehst du mal. Und ein Gaussgewehr. Schade, dass du es nicht tragen kannst. Gut. Zurück zum Ötland. Naja, man kann auch Glück haben. Man kann auch Glück haben. Gut, wir waren nämlich gerade bei Double X stehen geblieben. Dann wird Bugsy gleich erneut bauen und damit heute auch nicht rausgehen und dann in der Challenge teilnehmen. Double X. Geh raus, mein Freund. Und wir müssen noch ein bisschen vorspulen. Was hat denn Double X geschrieben? Nimmst du jetzt auf? Ja, tue ich. Damit beantwortet. So, keine Stunden vorspulen, bitte nur Minuten. Was natürlich nicht so ganz geht. Halbe Stunde nochmal vorspulen. Hat immer noch nicht gereicht. Zwei Minuten. Ich hasse es, wenn Hassan nicht da ist. Wenn Hassan nicht da ist, dann läuft gar nichts. Ich muss nach den Überlebenden gucken. Sieht doch gut aus. So, ich würde schon eine Stunde vorspulen. Wobei, das war auch schon fast eine Stunde. und es hat nicht gereicht. Alther Schwede. Ich dreh durch. Was ist denn daran so schwer, Mann? Geht doch. So. Double X. Dann geh mal raus. Wir sind es einer, der mal ordentlich was equipt. So. Dann haben wir nur noch Dustin und auch Dustin hat nichts. Er ist ja auch frisch dabei. Das darf er auch. Dustin, geh mal raus. Somit haben wir alle rausgeschickt. Und das ist die letzte Truppe. Heute wird sich dann entscheiden, an der Truppe, wer die Lunchbox bekommt. Es wird höchstwahrscheinlich Ehrengottes sein, falls Double X da nicht noch ein bisschen mitzureden hat. So. So. Baxi, du gehst mal rüber und baust eine Waffe. Und dann gucken wir mal, dass die nächste Woche irgendwann mal fertig wird. Das einzig Gute daran ist halt, dass er diesen Hund hat. Und der Hund macht natürlich alles ein bisschen billiger. So. Herstellen. Rache des Technikers, Flammenspeier und Farmers Tochter haben wir neu dazu bekommen. Werden sich demnächst dazu gesellen. und er möchte einen Gatling Laser bauen, soweit ich das gesehen habe. Einen Gatling Laser. Für 19.110 Kronkorken. Dafür braucht er vier Mikroskope. Eins, zwei, drei, vier. Er braucht drei Militärplatinen. Eins, zwei, drei. Und zwei Giddies. Hat er alles. Bauen wir. Boom. Elf Tage. Hi. Oh. Nicht diese Quest. Bitte nicht diese. Quist. Ups. Es ist zu spät dafür. Wir schicken keinen mehr raus. Das können wir machen. Das ist gar kein Problem. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir skippen einfach diesen Angriff und sehen uns dann gleich wieder, falls etwas passiert. Und wenn nicht, wenn nicht, dann ja, dann nicht heil, ne? Damit läuft der Letzte. Wir haben hier Double X mit zwei Tagen und 16 Stunden. Wir sehen also, er hat verdammt viele Kronkorken gefunden, aber er war nicht der langläufigste. Das war Ehrengardist. Wir haben dadurch, dass ich diesen Bug hatte und diesen überspringen musste und diesen überspringen musste. Mit dem Vorspulen haben wir eine zusätzliche Lunchbox heute und ich würde sagen, wir schicken ihn zurück. Und dann haben wir Hassan, der läuft noch gerade zurück. Hassan hat es leider nicht länger geschafft. Er hat einen Tag und 23 Stunden geschafft. So. Glaub ich. Oder steht hier ja sogar, ne? Ich habe keine Ahnung, was diese Zahlen bedeuten. Er ist auf jeden Fall lang gelaufen. Sehr lang. Gut. Gehen wir zur letzten Truppe. Hier haben wir Shorty. 625 Kronkorken plus 110 Kronkorken. Shorty, du kannst tragen. Eine Sache und landest bei den Inaktiven mit einem Mikroskop. Mike. Scheißpack. So. 150 Kronkorken plus 2655 Kronkorken. Mike kann, glaube ich, nichts tragen. Nope. Das tut mir leid um das Gausgewehr. Aber naja. Äh. 100, 150, 250, 2, 4, 6 Kronkorken. Das trägst du derzeit. Wir sammeln Mrs. Unknown. Oder machen wir zuerst Kiri halt. 585 Kronkorken plus 120 Kronkorken. Kiri kriegt ein Globus. Wir haben Mrs. Unknown mit 1485 Kronkorken plus 180 Kronkorken. Mrs. Unknown. Kann 5 Sachen tragen. 1, 2, 3, 4. Wir machen was so. Ich stopfe jetzt Mrs. Andoons Inventar absichtlich voll, damit ich nächste Woche sehe, ob sich da etwas getan hat. Und somit kriegst du ein Braminleder, ein Rubber der Republik, Kamera und Schauvel. Hassan 530 Kronkorken plus 8.550 Kronkorken. Hassan kann leider nichts mehr tragen, Hassan. Du bist vollgestoppt mit Müll. Ich weiß, du suchst Sachen, aber... Autsch. Naja. What's the words? Ein paar schöne Sachen sind dabei, aber kann man nichts machen. So, wir haben 100 Kronkorken, 200, 300, 400, 500, 500, ne, 600, 700, 800, 900, 1100 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Das trägst du derzeit. Wir sammeln ein. Und WX sucht etwas Spezielles. WX sucht nämlich... Mikroskope, Platinen und Giddies. Da zeichnet sich was ab. 640 Kronkorken. So. Wir verkaufen das alles. Mikroskope, Giddies, nichts dabei. Tut mir leid, Bro. Und, ja. Kannst da eigentlich nichts von gebrauchen, ne? Kann ich dir irgendwas da lassen? Ich lass dir die robuste Kampfrüstung da. Ja, was anderes hat er nicht angegeben. Deswegen. 100, 200, 300, 400, 500 Kronkorken. Ich drück das mal hier direkt ein. Ich faul das Stück Scheiße. So, 500 Kronkorken. Achso. Oder ich tue es auch nicht. Ach doch, ich tue es. Plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Kronkorken. So, das heißt, zack. Und ich gebe dir halt die robuste Kampfrüstung mit. Ja, das war's zu dir. 18 Stimpacts bleiben dir noch. Das kannst du ja übernehmen, dass du das in deine Gruppe einträgst. Und ja, das war's eigentlich schon. Wir sammeln dich ein und sammeln und sammeln und sammeln und sammeln. Ach, Dustin, zack. Verbesserter Strahlenschutzanzug. Nee. Ich glaube, davon hatten wir schon öfters mal was. Gut, Dustin, jetzt bist du aber dran. Dustin, 1424 Kronkorken plus 120 Kronkorken plus 246 Kronkorken. Du trinkst jetzt Chirurgenoutfit und eine abgesägte Schrottflinte. So, Ehringardist ist der Gewinner und deswegen bekommt Ehringardist jetzt auch eine Lunchbox. Und er hat ein Teddybär. Kann er überhaupt noch was tragen? Wenn da irgendwas Gutes rauskommt, dann werden wir da auf jeden Fall einen Inventarplatz freihalten. Da kannst du dann aussuchen, was du rausschmeißt. Ich habe jetzt nicht daran gedacht. Wir haben 100 Kronkorken. Wir haben ein verbesserter Flammenwerfer. Vier Nuka-Cola-Quantum. Und eine rostige Plasmapistole. Gut, nicht der Hit. Das war die von Ehringardist. Wir öffnen jetzt eine zusätzliche für die Vault. Wir haben... Ein militärisches Klebeband landet nun auf dem Marktplatz. Wir haben... Eine robuste Söldenausrüstung. Verkaufe ich. Redway. Kronkorken und... 500 Kronkorken. Was ist denn das für ein Fluch heute? Wir haben vier Lunchboxen geöffnet. Da war nur Scheiße drin. Gut, Freunde. Das war's für die heutige Folge. Ich werde das alles zusammenschneiden. Und ich nehme jetzt mittlerweile zwei Stunden auf. Ich werde da höchstens eine halbe Stunde rausschneiden können. Mehr wird da nicht drin sein. Deswegen werde ich nächste Woche etwas probieren, indem ich den Teil rausschneide, wo ich die Leute rausschicke und ein bisschen mehr Unterhaltung wie damals mache. Dass wir uns ein bisschen unterhalten oder ich mich mit mir selber unterhalte, ein paar Quests mache und so weiter und so fort. Ich muss sagen, das fehlt mir. Das wird alles hier ein bisschen zu eintönig und zu lang für eine Folge. Weil eine Stunde und 30, da hat nicht jeder zu Zeit. Und die meisten werden wahrscheinlich nur bis zu dem Zeitpunkt skippen, wo sie selber rausgehen. Und ich möchte das Ganze ein bisschen vereinfachen, indem ich halt den Teil rausschicke, wo ich sie einzeln rausschicke. Ihr werdet dann noch sehen, wie sie gemeinsam da sind. Vielleicht werden wir das Ganze umdrehen, dass wir zeigen, wie ich die Leute überleben lasse. Und ich glaube, das ist ein bisschen spannender, wenn wir da ein bisschen quatschen, währenddessen die Leute überleben müssen, immer zwischendurch vorspulen. Ich werde das nächste Woche mal versuchen, gucken, wie das bei euch ankommt, ob euch das mehr gefällt oder ob ihr die lange Folge lieber möchtet. Mal gucken. Gut, das war es ansonsten für heute. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Die Challenge ist vorbei. Ich werde heute auf jeden Fall noch posten, wie die neuen Quests sind. Wir haben hier nämlich ein Haustier, so knapp vor dem Ziel. Ich zeige es jetzt nochmal kurz für euch, damit ihr schon mal wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Wir haben hier halt den Hund und Mr. Handy, ganz wichtig. Gut, wie gesagt, es gibt zwei Sachen momentan auf Auktion. Mr. Handy und das Tierchen. Ich mache vom Tierchen gleich noch ein Bild und wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, euer Seeroltschuss. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.